Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das ist das. Untertitelung des ZDF Patient counseling recognition providing education information already on or in written form to the patient or their written department direction to advice on side effects, reportions, discovery, and lifestyle verification. So, patient counseling counseling, giving information and advice for the patient and education for the patient, not only about the medication administration, it also includes information about storage of the medication, address effects, how to minimize address effects, and how to manage this condition in general. Okay? Patient counseling. It's about a dynamic process. It means not all people and not all patients should receive the same patient counseling information or patient counseling techniques. Patient counseling is a process that should be adjusted according to the patient's situation, patient's ability, as we will talk about. So, the technique and content should be adjusted to meet the specific needs of the patient and compare the policies and procedures of the practice. So, the content and the steps of patient counseling may occur according to the practice. Patient counseling and community privacy is different than patient counseling for inpatient. So, the first thing I want to say is that patient counseling should be performed in any practice. So, the practice should be performed in any practice. Any practice will be performed in any practice. Patient counseling should be performed in patient counseling. Okay? So, what is the importance of patient counseling? You can say that the patient counseling should be developed. First thing, what do we recommend? Was ist mit einer Beziehung zu armies? Was hast du mit einem Leipzig? Je habe mir gefordert. Will ich dir das? Was hast du mit einem Leipzig? Woll dow Du mal. Ich bin die Beziehung. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Die Kursi sind aus. Die Kursi sind aus. Die Kursi sind aus. Also haben Sie die Wurst und die Wurst, die Sie noch einmal verbessern. Ist das passiert? Ja. Da war die Wurst. Ich habe die Wurst, die Sie haben. Das ist nicht möglich. Wenn wir einen Schrauben nachher machen, sprechen wir über den Insulin Thin. Das ist die Wahrheit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. die Frauen mit der Abenteuer planten Das kann man die Abenteuer mit dem Abenteuer technischen Abenteuer die Abenteuer und die Abenteuerung die Abenteuerung zu verabschieden wenn man Probleme mit dem Abenteuer das kann man sich in Abenteuerung Vielen Dank. 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 ... 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 Das ist ein Bild und ein Bild. Das ist eine Art, die Sieben, die Sieben. Wir müssen die Bewerber mit den Bewerber mit den Bewerber mit den Bewerber. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.